hallo und herzlich willkommen zu arc survival wolf und ja wir haben nach sehr lange 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 zueinander gefunden es ist nicht die erste aufnahme wie oft haben wir jetzt angefangen ja ich glaube das vierte oder fünfte mal hallo zusammen ja ich habe übrigens übersprungene frames warum auch immer ja 28 prozent over last minutes ich glaube das zählt ist ja das zählt auf jeden fall und ich hoffe dass die aufnahme jetzt wenigstens halbwegs vernünftig wird weil den ganzen tag an einer an ein video zu arbeiten ist schon extrem hat beziehungsweise ein video aufzunehmen was ist schon extrem hat aber irgendwann muss man es ja mal schaffen ja wir haben einige mods trainer ja man ist einfach nicht normal ich habe auch kaum richtig sound irgendwie irgendwas irgendwas haut gerade heftig nicht hin also jetzt hast du mich gefunden jetzt stimmt irgendwas so manchmal die klamotten würde ich sagen so jetzt herstellung erst mal eine pika und ein paar klamotten das war alles wichtig gleich wieder ein level ab so mann rumpf und kopf so her kann man das nicht irgendwie mit der piktik irgendwie gleich anziehen ich habe mir siehst du doch das ist ja so aber ich hoffe dass man jetzt endlich richtig gut loslegen können nicht dass die aufnahme wieder schrott ist die aufnahmen waren ja nicht schrott es ist ja einfach nur ich würde sagen wir müssen uns erst mal hier safe aufbauen und einen spawnpunkt setzen und da hinten schatzi da ist was lila anders siehst du das da müssen wir hin ja 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 und gleich nachdem ich das wett gebaut habe schade es gibt nur steine ja ich glaube dass hä selina was geteilte erfahrungspunkte ach wie geil ja ja die ganze zeit wir sind auch intim mein schatz Intim wir sind Intim sagt Intim so was brauchen wir denn noch warte mal eine Axt könnte ich mal noch craften und was brauchen wir für Sperre wir brauchen Holz ok da haben wir jetzt gleich die Axt da geht das ein bisschen besser mit Holz so Bäumchen 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 wow einmal drauf ja und fällt der Baum um ehrlich jetzt ja eigentlich nicht ich habe irgendwie Probleme Bugs kann auch sein dass wieder irgendwelches Viecher hier spawnen oh der gelbe kristall leuchtet rote die hat schon doch nur die scheiß kristall im kopf ne ach so furchtbar ja weil ich das seltsam finde so dann da ja ich könnte es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben wie es bei euch aussieht ob ihr äh das Spiel auch spielt oder gespielt habt einige haben ja wahrscheinlich schon etliche Stunden drin ne also scheint wohl auch ein sehr großes Suchtspiel zu sein wir haben es uns jetzt sehr einfach gemacht also wie gesagt wir spielen auf einem eigenen Server ähm vorerst kann man nicht mitspielen äh vorerst möchten wir das halt äh ja für die LPs für das LP nutzen wow ähm es ist für uns alle die sechste Stunde okay okay es fehlt Fasern ne es ist halt es ist halt wirklich wir sind jetzt schon ein Mod dabei schreib deinen eigenen Text auf eine Notiz oder nix wo willst du denn bauen hier ich hab keine Ahnung also äh Tivan hat die Mods und ähm hat die Mods ausgesucht und ich hab ich hab keine Ahnung was die machen für die oh nein das eine Lina ist verschwunden oder hast du es geholt hä nein ja die verschwinden nur mit der Zeit ne ich bin ja immer noch genau da wo wir eben die ganze Zeit waren ich auch ich will da meinen Schlafsack hinlegen und dann bin ich weg was ich möchte erstmal eine kleine Hütte bauen damit wir safe sind wenn wir uns auszulocken hab ich das nicht auch gesagt nein hast du nicht du baust die Hütte ich äh äh den Schlafsack oh wieso pfeifst du? weil ich Lust hatte äh wo wollen wir die Hütte hin bauen gleich hier oben drauf oder so dass wir direkt auf den Kristall gucken? ja ok also die Map ist ja schon schön ja schön ist so nice hatte ich nicht noch mehr hergestellt? ich hätte noch mehr hergestellt was denn? Fundamente ne ich brauche ganz viele Fasern ok von mir kriegste keine ja das war klar ich hab doch selber kaum welche ja so geht's mir jay wie gesagt ich stelle uns oh ne Leder Schlafsack ja den kannst du ja nur einmal verwenden irgendwas zum Schlaf äh zum irgendwie so ein Bett oder so ja na den kannst du auch nehmen für Schnellreise dann ne deswegen ne es geht ja auch darum es geht auch darum dass wenn ich sterbe dass ich dann da rauskomme oder nicht ja das geht ja auch aber bei den Leder Schlafsack geht das noch einmal beim Bett der ist dann halt unbegrenzt also das geht ok dafür brauchen wir bei Leder das heißt äh ja Dodos hauen und so Dodos geben Leder ja ja klar musst du dann mit der Axt du brauchst mit der Axt drauf hauen ich weiß es gar nicht ich geh mal auf die andere Seite wieso was ist denn das ach ich bin doch dämlich bloß ich brauch doch die ganze Zeit Stroh und da ist ein kleiner da ist ein kleiner Raptor kann ich den auch äh haha viel Spaß also ich lauf nicht nochmal weg hier und such dich dann Raptoren sind mit die gefährlichsten Raubtiere ein kleiner ein ganz ganz kleiner die sind die sind nicht groß die Raptoren hast du noch nie den Film Jurassic Park gesehen? Schatzi? wieso kann ich den Baum nicht hauen? äh Schatzi? ja du bist schon tot na 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 nein aber da ist einer der leuchtet echt? sieht aus dass wir da so blitze komm mal komm mal komm mal hier rüber ne das hört sich sehr gefährlich an und wo es gefährlich ist geh ich jetzt nicht nein der steht auf der anderen Seite der steht auf der anderen Seite man ja wo bist denn du? ne komm mal hier rüber wow ah ich sehe dich jetzt ja jetzt sehe ich dich komm mal her oh du verdurstest ich muss schnell runter ins Wasser ich muss trinken ok na ich hab ich suche Dodos essen müssen wir auch ja ich hab hier ok bist du? meinst du den Kristall? nein ich mein hinter dem Kristall siehst du das? ne bis jetzt noch nicht da ist muss man drum herum oh ah das sind das ist ein Stegosaurus die sind eigentlich das sind aber so eine speziellen Saurier da gibt es ja auch die sind durch Blitze durchzogen siehst du das? Hammer so komm mit hier komm mal mit hier die kleinen Saurier die können wir machen die hier da vorne laufen oh die hab ich doch gemeint das sind doch kleine Raptoren nein das sind keine Raptoren wenn ich die an also wenn du einen Raptor siehst dann bist du tot weil dann siehst du ihn erst wenn du tot bist langer Schwanz kurze Arme das sind nicht nur ein Raptor scheiße ja kannst du mir helfen oder? ja äh ja die bespucken einen dann siehst du nichts mehr so der ist tot echt? boah die Frau ein Bett hab ich schon super da hinten ist noch einer da hinten sie guckt in eine komplett andere Richtung und ruft da hinten hast du? boah dein Ernst was denn? ist das mies aber warte mal also das dürfte nicht hast du Schaden gekriegt? nein ok das hab ich nebenwie ausgeschalten ja wir entfernen uns grad schon wieder zu weit vom Bett ja wir gehen gleich wieder hin es geht halt einfach darum dass wir ähm ja hier ein bisschen vorsichtig sein oh ich hab schon wieder gekackt du musst hier vorsichtig sein das tut mir leid dann hast du meine kacke aufgehoben du musst ne du musst hier vorsichtig sein ich hab schon wieder gekackt das tut mir leid ah das glaub ich du scheinst immer sehr stolz drauf zu sein dass du gekackt hast nein eigentlich nicht aber hä aber hier waren doch vorhin drei oh wie geil der Stego doch aussieht nice ja gut dann lass uns äh also wir können ein Zelt schon mal also ein Zelt wow ein Zelt ein Bett können wir schon mal bauen weil ich möchte nämlich können wir uns da nicht beide wieder belegen kannst du mal bitte nicht so schnell laufen hä ich weiß nicht ob das geht dass wir uns da beide dann ein Bett das können wir ja mal ausprobieren baue erstmal eins und ich baue erstmal schnell dann die Plattform und äh paar Wände dann eine Plattform ist ja schon da ja ja da will ich ja noch ein paar dran bauen so warte mal was ist denn ich hab Hunger hast du irgendwo was zu essen hast du Fleisch nein Lagerfeuer und dann Fleisch rein wir brauchen unbedingt essen äh ich hab tatsächlich 44 Leder äh ich hätte Beeren äh ich hab äh diese gelbe Beere wächst meist an Stränden ja die Beeren kannst du alle essen also nicht alle ja ich hab hier 62 Beeren könnte ich dir geben ansonsten ist das Wasser auch schon wieder unten willst du mich verarschen oh Gott du drohst zu verdursten oh was stimmt denn hier nicht mit dem Spiel ehrlich ja ja Mensch beruhig dich doch mal Kollege wie schnell der am verdursten ist ich hab das doch alles sogar runter gesetzt damit das nicht so schnell geht also irgendwie sind die Einstellungen vom Server ein bisschen total bekloppt ehrlich wie schnell ich hier saufen verliere das ist ja unnormal so lege die Nahrung in den letzten Items Slot zum Zähmen der Baum ist verpackt ich hab hier einen äh Lystosaurus ja kannst du bei hier unten ja bei uns hier am Wasser hä ja bei uns unten am Wasser das ist immer ach da hinten oh man oh Leute was ist denn das hier ne ist ja furchtbar so wo bist du denn was ist mit dem kann ich den kann ich den ach den kannst du füttern und kannst du zähmen warte bis er wieder hungrig ist und dann drückst du immer E und dann fütterst und wenn er voll ist ja mach doch ja der kann doch zwischenzeitlich der sammelt denn auch Rohstoffe und so also behalten wir dich wir töten dich ich bin so froh wenn das hier alles erstmal wieder ein bisschen steht ok ja ich bin auch immer froh wenn es steht also Gebäude du Arsch ach ne so Dicke komm doch bist du schon wieder am kacken ja ich nein das warst du diesmal ja 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 naja die Frauen sind wir doch nisch ne die Frauen kacken ja niemals was was ich bin eine Frau ich kack doch ja nicht einfach so rum doch du scheiß genauso ok gut dann haben wir das ja mal geklärt jetzt ist doch Bescheid hatte ich nicht schon wieder ein Level ab ok so das geht echt extrem schnell nach unten das Wasser und so ne also also ohne Witz jetzt hast du es vielleicht auch hochgestellt ne ich habe es wahrscheinlich falsch rumverstellt das ist einfach so lächerlich ehrlich nimm mal einmal was machen wir ach bist doch stiller nö soll ich jetzt herbeist stellen oder willst du das machen ne ne ich mach das schon äh Frau oh oh jetzt hehehe 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 du musst über 20 Jahre laufen ich hatte so einen schönen Spot am Anfang äh äh Kiste stell ich her ja ja könnte ich auch machen aber wenn du das machen willst du machst du das mach doch die ganzen Sachen her du baust doch das Haus ja ja du baust doch das Haus ja so ok kann ich nämlich schon mal ne Fiesch bauen brauch ich das mit Teilbaren ja das brauchen wir vielleicht noch 1-2 Tage äh was ist das Bauplan Community Box inside your craft special item for admin for community ah das ist wenn man so ne so ne Art äh riesen ok was können wir noch äh Lagerfeuerchen ja kannst du gerne machen du 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 äh äh wie viele wie viele wie viele kleine Pisten solche nicht bauen naja erstmal dass wir erstmal was haben um reinzupacken ich mach drei ja Motor macht drei ist ja 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 ist ja auch naja machste schon und ein bisschen dafür das können wir schon herstellen glaube ich habe ich habe kein leder hast du noch lehre vielleicht übrig 15 ich kann das ich kann ja ich kann das nicht nutzen ich habe 19 erst mal achs in die kiste ja was denn ich bin hier am farm ich würde sagen ich stelle die kiste zwischen oder machen wie du denkst und da krieg auch das leder rein und genau genau so was haben wir hier drin wir haben nichts drin also eine in einer kiste würde ich jetzt mal ganz das ganze zeug reinpacken wollen ja hier hat hier die zwischen uns ich packe jetzt um die ganzen rohstoffe rein ja nee ich meine hier die ganze scheiße die die im inventar ist was du jetzt eigentlich nicht ich habe übrigens ein lagerfeuer kann ich schon hinsetzen das setzt sich draußen vor der tür hin oder so im inventar öffnen ich mach dir holz rein dann kannst du das ganze fleisch rein schmeißen und bitte mal drin muss es dann nur noch an machen dann haben wir fasern stroh stein ich packe erst mal alles rein so müssen wir dem vielleicht was besseres zu essen geben nein bären der verliert das aber alles wieder brauchst du musst so schnell sein kannst du erst mal bitte hier das fleisch rein schmeißen damit wir essen haben ich habe kein fleisch der hat gekackt sammels auf bleibt jetzt einfach die ganze zeit hier und kicke ich stehe hier und kicke dann hat er wahrscheinlich das der hat wahrscheinlich das falsche wenn er wieder verliert dann ist das das falsche die gelben was du dem fütterst ist auf der null muss auf der null sein shortcut das hat sie wenn ich ihn schon gefüttert habe ja was sagt dir das du kannst ja sein dass du mehrere bären im unten in der dings hast ja ja freunde es wird auch so ablaufen dass wir jetzt die anfangs sachen die machen wir alles komplett mit euch zusammen und dann nachher später wenn wir dann viel am stein fahren und so sind da werden wir dann wahrscheinlich viel auf screen machen ja also du musst halt wirklich immer wieder hier abwarten ich weiß nicht kann ich den ne das geht jetzt noch nicht diese recht häufig vorkommende weiße beeren gegessen werden ob nahrung das ist jetzt mal mit den lilanen weil hier effektivität ist 75 hast du schon fleisch ins feuer gepackt ich habe kein fleisch ach so ne du hast du vorhin die saurier da hast du kein fleisch rausgekommen ja und da ist kein fleisch bei rumgekommen herzlichen glückwunsch das ist nur 96 jöjö 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 jöjp jöjp wicke jöjp was wind jöjp hè jöjp 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 de SVP Jöjp Ty wicke jöjp auf jeden Fall schon mal nicht so weit runter wie vorher. Vielleicht auch ein Fleisch. Was ist denn eigentlich mit dem Zelt? Ein tragbares Zelt, welches dir Schutz vor Umwelteinflüssen bietet. Ah, cool. Es könnte gleich sein, dass mir die Axt ausrutscht. Was? Wieso? Ich weiß nicht, ich wollte es schon wieder so weit, dass ihr so tief fällt. Und weil er irgendwie keinen Bock hat. Dann nimm doch mal eine andere Beere. Versuch es doch mit einer anderen. Es gibt doch Haufen verschiedene. Außer diese Nackrobären. Ja, dann kann es sein, dass du vielleicht einmal eine falsche Beere hast und dass es dann ganz schnell nach unten geht. Versuch mal die Plaunier, diese Azulbeere. Habe ich nicht. Ich habe nur Mejo. Doch, Mejo ging ganz gut. Warte, ich kann das mal probieren mit der Plaun. Ich bin weg. Die Leder suchen und Fleisch. Ja, aber es stirbt nicht. Was sagst du, ich versterb? Was ist das? Wasser. Jetzt geht es aber nicht runter, ne? 17.1 bleibt stehen. Bei 17.1 Prozent. Sehr gefährlich. Was ist das eigentlich? Ich habe schon ein bisschen Respekt vor ihm, ne? Der ist Level 11, 10, boah. Oh, ich habe einen seltenen Filz gefunden. Die Berührung verursacht eine leichte Benommenheit. Das zu essen wäre gefährlich. Nein. Das dauert aber auch, er, der hungrig wird, ne? Ja, ja, deswegen habe ich schon auch was zu machen. Was stimmt denn nicht? Wieso verliert denn der Leben? Ey, mein Junge, wieso verlierst du immer Leben? Hast du ihm eine giftige Beere gegeben? Nein. Du wirst unser Kind nicht mehr füttern. Du drohst zu verdursten. Jetzt verdurste ich hier noch. Hey, was stimmt denn nicht mit dem Server? Ich hatte eben noch halbes Wasser voll und stand nur rum. Weißt du, was mit dem Server nicht stimmt? Hä? Ich möchte es nicht, ich möchte es nicht sagen müssen, aber du hast ihn eingestellt. Ich werde das ausstellen mit den Dursten, mit den Fressen hier. Das ist ja Wahnsinn. Mit dem Dursten. Na ja. Ach, Kollege, was stimmt denn nicht mit dir? Nein. Alter, einmal um den Berg hier ran, ist das das beste Netzplay überhaupt bei uns. Ich merke das schon. Am Anfang war es gut. Hm. Da musste nur jemand bei den großen Fischen langschwimmen. Hm. Ich habe jetzt einen, äh, 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 Fijomial, warte. Wieso geben die Viecher kein Fleisch? Der hatte gerade einen kleinen Unfall. Gott sei Dank war er es. Weil er hieß es wieder, du bist so brutal, Frau. Wieso hast du das gemacht? Ah, das sieht aus wie ein großer Krokodil da hinten. Also, Krokodil solltest du aufpassen, ne? Wir brauchen Fleisch, wir rohren unbedingt Fleisch, ehrlich. Ja, ich bin auf der Suche. Okay. Ich versuche, irgendwas zu töten, ohne dass es mich töte, okay? Okay. Mich Frau, Frau jagen. Ja, ja. Ja, okay, wir müssen erst mal weiter farmen gehen. Grüß dich. Gib mal auf die andere Seite. Weil da hinten sind wir zu viele Krokodile. Na toll. Jetzt haben wir eine Axt kaputt, die Jagen. So geht man richtig farmen. Man schlägt einmal auf den Baum drauf und dann ist der Axt kaputt. Wundert euch bitte das nicht. Ich weiß nicht, warum ich... Wundert euch das bitte nicht. Ich... Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was gerade mit meinem... äh... meiner Sprache los ist. Das ist schon ein bisschen feinlich. Ach, irgendwie das mit der Erfahrung, ne? Das ist irgendwie ziemlich low. Moment, was wollte ich herstellen? Ich wollte sowas herstellen. Hast du noch Leder übrig gelassen? Ja, 19. Äh. Du bist erschöpft, Alter. Wie mich das aufregt. Wolltest du dir nicht was herstellen? Das hat er schon wieder... Ja, habe ich doch. Deswegen ist ja das Leder übrig. Weil ich hätte ja auch noch mal ein bisschen Leder farmen können. Von diesem Umfall natürlich. Was denn? Na komm doch her, hm? Komm doch her, hm? Hast du Angst, ja? Ja, hm? Dann hau doch ab. Meinst du mich? Na, hm? Kommst du her? Fischi. Ja, wo irgendwie gerade Musik. Der Mutter riecht nach Fisch. Oh, der Mutter riecht nach Fisch. Ja, herrlich. Okay, Fisch habe ich es jetzt gegeben. Ich stelle jetzt ein Fischernetz her. Wann kriege ich denn diese Werkbank? Hörst du mir zu? Ja. Ich habe ein Fischernetz erlernt. Erlernt. Und eine Sprachstörung entwickelt. Fasernhölz. Und werde diese jetzt herstellen. Okay. Ja. Ja, wollen wir die erste Folge jetzt ein bisschen länger machen, oder? Also bei mir läuft sie jetzt seit knapp einer halben Stunde. Ja, gleich. Ja, 29, 30 Grad. Du warst bei mir. Ich werde jetzt das Fischernetz auswerfen. Genau. Denn, äh... Ich hätte mir das einfach, oder Worte gleich. Ich weiß nicht, wie die... Werf es denn aus? Mit der linken Maustaste, glaube. Ah, ich habe vorhin dann Fisch geärgert. Ich weiß nicht, ob das so ist, wenn ich jetzt was halt... Ich weiß nicht, muss ich das auf einen Fisch werfen? Oh, 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 da ist er wieder. Vorsicht, Schatz! Hast du ihn? Ja, 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 ja. Und jetzt? Was mache ich damit? Na, rausziehen. Ach so. Ah, ich muss klicken. Ja! Oh, neunmal Rohr Fische. Uhu, da schau mal einer an, wer hier Meisterfischer ist. Wow. Ah, herrlich. Normalerweise bin ich gar nicht... Ach, ich wollte ja noch meine, meine, äh, Werkzeuge reparieren. Aber das Netz ist dann für den Arsch. Ja. Das kannst du nur einmal benutzen. So, ich nehme das jetzt mal rüber. Aber aber schöne Fische. Ich kann mal schöne Fischefleisch braten. Ich brauche einen Stroh, ich brauche Stroh noch. Hm? Das Essen von rohnen Nahrungsmitteln stillt zwar den Hunger, aber es ist ungesund. Okay. So, ich habe es jetzt aber ins Feuer reingemacht. Feuer läuft, also müsste es ja früher oder später durch sein. Hände? Kann ich nicht. Was habe ich denn da? Füße? Oh, da. Kann ich nicht, woher noch Leber? Hände? Kann ich. Füße? Kann ich nicht. Nee, nee, ich habe gerade wegen... Hast du eine Pucke? Achso, ja. Äh, so. Wir haben unseren ersten, äh, Fisch-Nahrung-Essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, äh, bis zur nächsten Folge. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. probably. Ja.